Hiho zusammen und herzlich willkommen, ich bin der Luca und heute schauen wir uns mal von Star Wars 2 Lego Sets an. Zum einen haben wir hier die 75-283 von 2020, der Armored Assault Tank, kurz AAT, und dann relativ neu die, jetzt muss ich schauen, 75-342, der Republic Fighter Tank aus dem Jahr 2022. Die sind jetzt beide separat noch am Markt erhältlich, der geht heuer noch EOL und das ist der Zeitpunkt, wo ich wirklich bei beiden jetzt zuschlagen würde, denn meiner Meinung nach sind beide in Kombi deutlich, deutlich besser als jeder für sich separat. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt im Review an. Wir starten gleich mal mit den harten Daten und Fakten, diesmal muss ich hier auch ein wenig spicken, ich habe hier Gott sei Dank zwei Bildschäme, zweimal Bricklink geöffnet, weil jetzt mit allen Nummern und Teileanzahlen und so weiter, ich glaube, bevor ich denn was Falsches sage, gehe ich lieber auf Nummer sicher. 286 Teile haben wir hier und vier Minifiguren, hier haben wir 237 Teile und sechs Minifiguren. 39,99 UVP, 39,99 UVP. Hier also ein paar mehr Teile, dafür weniger Minifiguren, ein paar weniger Teile, dafür mehr Minifiguren. Der ist jetzt meines Wissens nach Lego exklusiv, ich habe ihn auch dort gekauft, das heißt am besten da warten auf doppelte VIP-Punkte und eine GWP-Aktion oder so und den hier gibt es allerdings auch im freien Handel runterrabattiert auf bis zu 27, 30 Euro wirklich runter. So, ich zeige euch mal hier kurz noch die Rückseiten, da sind sie und dann schauen wir uns die Modelle selbst mal genauer an, beziehungsweise wie ihr es wisst, nicht nur die Modelle, sondern auch die Minifiguren und davor geht es noch ab. Mit einem kurzen Blick in die Anleitungen sind die beiden hier Stickerbogen vom Republic Fighter Tank, ist deutlich größer als der vom AAT, das sind nur zwei, hier haben wir ein paar mehr. Die althergebrachten Probleme sind allerdings immer noch mit dabei und zwar, ich glaube, wenn ich euch den mal so ein bisschen in die Kamera halte, das Weiß der Aufkleber ist eher ein Kaltweiß und das Steineweiß ist eher so ein Warmweiß und es passt nicht immer wirklich. Ich wollte es gesagt haben, je nachdem wie ihr zu Aufklebern steht, man muss ja auch nicht aufkleben. So, dann es geht weiter zu den Anleitungen, das sind die beiden hier, ich mache mal hier die erste Seite oder die eine auf, da sieht man hier mal die einzelnen Bauabschnitte und wie es dann weitergebaut wird mit den Figuren. Zum Schluss haben wir noch eine Teileliste, davor noch die Sets, die sonst so am Markt waren und da kommen wir dann auch gleich dazu, warum ich denke, dass das zusammen eine sehr gute Spielwelt ist. Hier hinten 75 Seiten, dann ist das Ganze fertig gebaut. Zum Schluss noch das typische Gewinnspiel, wegen dem wir alle nur hier sind. Dann haben wir hier den Republic Fighter Tank, auch da eine kurze Übersicht zum Aufbau, wie dann die Figuren gebaut werden, hier schon mit dem Fortschrittsbalken, der war jetzt genau, der war in der anderen Anleitung noch nicht. Hier haben wir, wie viele Seiten sind es denn? Ein paar mehr sind es, 79, 80. Dann haben wir hier noch eine Teileliste, die sich ebenfalls über zwei Seiten erstreckt und auch die Modelle, die jetzt noch am Markt verfügbar sind. Soviel mal dazu, gibt es wieder auf die Seite, damit hätten wir Anleitung und so weiter abgehakt und wir schauen uns hier, kommen wir vor lauter Modelle schon ein bisschen durcheinander, was man als nächstes machen wollte und zwar schauen wir uns da die Minifiguren genauer an. Das sind die hier, jetzt bitte noch Fokus, hier haben wir mal die ersten sechs und jetzt denkt ihr euch, na kann der Harald jetzt nicht mal mehr zählen? Ja, ich meine nein, er kann noch zählen, oh Gott. Also, Fokus bitte, genau. Wir haben hier noch einen Kampfdroiden mit dabei, der hat jetzt hier nicht mehr auf meiner kleinen Präsentationsplattform Platz gefunden. Deshalb habe ich ihn jetzt hier mal so nebeneinander hingestellt noch. Dann haben wir hier einmal und dann muss ich schauen, wie die jetzt genau heißen. Das ist die 187. Legion, davon haben wir hier zwei Clone Trooper in der Mitte und einmal den Clone Commander Fokus. Alle Figuren sind neu, auch Mace Windu ist neu, hat übrigens auch einen schönen Armprint, wenn ich das mal so zeigen kann. Ich kann auch hier mal, die haben alle die gleichen Köpfe, hier meinen Helm abnehmen. Sind auch alle hinten noch bedruckt und hier, wie gesagt, Armprint und so. Das ist echt gut, das gefällt mir mega. Ich finde jetzt den Helm so nicht besonders hübsch, aber weil der halt auf der Vorlage aus Star Wars drauf aufbaut, dann ist das dann auch Geschmackssache. Dann eben die zwei Kampfdroiden, das sind die Standardkampfdroiden, die wir, glaube ich, seit Anfang der 2000er kennen. Da hat sich nicht viel geändert. Ich drehe das Ganze mal rum. Dann gehen wir zu den Figuren vom AAT. Da haben wir einmal die sehr cool bedruckten Kampfdroiden hier in diesem Kashyyyk-Muster, glaube ich, ist es in diesem Tarn-Muster jedenfalls. Hier ein Ahsoka Tano Clone Trooper, auch da kann ich mal kurz den Helm runternehmen. Und natürlich Ahsoka Tano selbst. Auch die ist cool bedruckt, auch doppelseitig wieder der Torso, finde ich echt cool. Also was die Minifiguren angeht, hat man sich hier wirklich Mühe gemacht. Die sind alles in allem, ist das wirklich sehr, sehr gut. Einzige, was ich jetzt an den Figuren vermisse, ist mal wieder ein Superkampfdroide. Wir haben jetzt hier insgesamt vier Kampfdroiden mit dabei von zehn Figuren. Ja, das wäre mir lieber gewesen, wenn vielleicht in einem Set statt zwei normalen Kampfdroiden zwei Superkampfdroiden mit dabei gewesen wären, weil da hatten wir ja schon ewig keine mehr. Soviel zu den Figuren. Und jetzt natürlich, es geht endlich an die Modelle selbst und ich mal wieder vorbereitet, wo ist meine Messlatte? Hier. Und mit fangen wir an. Wir fahren mit den Schurken an, das heißt hier mit dem AAT. Wir haben hier, ich kann es wieder einklappen. Wir haben hier eine Länge von knappe 22 Zentimeter, Höhe so 10 und bis zur Antenne 12,5-13 und eine Breite von insgesamt 14,5 Zentimetern. Optik und so, zeige ich euch auch gleich mal. Also mir gefällt es relativ gut. Man kann jetzt sagen, Proportionen, es ist hier vorne ein bisschen aufgedunsen und oben, das ist ein bisschen zu groß für den Rest des Panzers und das Rohr vielleicht zu lang. Also vom Rohr her passt das, was ich aus der Serie so mitbekommen habe von Star Wars, der Klon, was das sieht dem Original sehr, sehr nahe aus, also nahe empfunden aus. Der restliche Teil hier oben ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu groß. Vielleicht könnte man das sich noch irgendwie ein bisschen anders mocken. Ansonsten, Blick von unten nochmal, das gleitet hier auch auf diesen Teilen dahin, das so aussieht, als würde es ein bisschen über dem Boden schweben. Wir kommen zum Republic Fighter Tank. Der misst hier in der Länge wirklich von Stutt Shooter, Spring Loaded Shooter besser gesagt bis nach vorne um die 20 Zentimeter. Höhe normal haben wir 7,5 bis zur Antenne sind es 10,5 bis 11 und jetzt noch einmal in der Breite, da liegen wir bei knappen 16 Zentimetern. Auch hier mal kurz aus der Nähe der Blick drauf, ich habe es euch ja schon gezeigt, das mit den Stickern ist so eine Sache. Ich habe es jetzt trotzdem mal aufgeklebt, ansonsten gefällt er mir optisch gut. Wir bleiben gleich bei den Funktionen, da gefällt mir der nämlich besser als der hier, weil der hat einfach ein paar Schwachstellen, ich zeige es euch mal. Zum einen, wir können hier vorne das aufklappen, das ist okay. Okay, kann man auch einen Blick da reinwerfen, aber dass das hier so ein bisschen nur mit diesem General Grievous Ärmchen hier unten verbunden ist, das ist nicht so meins und auch dass das hier nicht irgendwie einrastet, sondern sich noch ein bisschen bewegt, muss ich jetzt, Moment, ich stelle mal hier die Kamera um, das muss ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt haben, dieses Spiel drinnen. Ansonsten, wir können hier hinten auch noch das runterklappen und dann nochmal reinschauen und ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr das Modell baut und danach damit spielt, wenn ihr oben das öffnen möchtet, dann klappt wirklich hinten zuerst die Klappe runter, weil sonst ist das hier oben zum Öffnen irgendwie mit dem Fingernagel, das ist mühsam. Am besten Klappe runter und dann hoch. Das ist nett gebaut hier, wie das auf den Seiten fixiert ist, es hält gerade, das hier in der Mitte ist übrigens, na, Fokus, dieses längere Lichtschwert, dieser längere Lichtschwertgriff, aber es hält insgesamt, okay. Und hier vorne, das ist, es geht ein bisschen, na, zeige ich euch das mal, heute mag der Fokus irgendwie nicht, hier sieht man ein bisschen das Spaltmaß noch. Also von den Bautechniken ist das interessant, sind gewagte Lösungen teilweise, aber auch schön, also wie das hier abschließt, guter Spaltmaß eben, das ist jetzt nicht so, weil ansonsten finde ich ihn schön gebaut. Hinten, wie gesagt, die Klappe. Dann können wir auf der Seite natürlich die Kanonenarme, ich nenne es jetzt einfach mal so, drehen, hinten die Spring Loaded Shooter, wenn sie antippt, dann springen sie raus. Was mir jetzt hier nicht gefällt und das ist tatsächlich das größte Problem an diesem Set meiner Meinung nach, das ist, dass das hier ziemlich wackelig ist. Ich zeige es euch vielleicht mal so, wenn ich jetzt irgendwie damit fahren möchte, man sieht, das fällt relativ leicht wieder runter. Ich glaube, das sieht man, ja, das sitzt zwar hier auf einem Pin, auf einem schwarzen Pin mit Friction, nur sieht das Ganze innen drin so aus und das geht in die Mitte rein, ja und das hält nicht so ganz, also es fällt jetzt nicht ab irgendwie, dass ich es jetzt nicht so halten könnte, das nicht, aber es lässt sich doch, vor allem wenn der Spring Loaded Shooter draußen, jetzt hat man noch vorne ein Übergewicht, dann kippt das relativ schnell mal nach vorne und das finde ich echt lästig, wenn man damit spielt, dass hier, wenn man das über einen Tisch schiebt, das ständig, statt der coolen Angriffsposition irgendwie noch auf ein Ziel gerichtet, das ständig wieder sich hier vorne selbst reinschießen möchte, das Teil, bin ich nicht so ein Fan von. Es gab da ja auch einen Vorgänger, der hatte auf der Verpackung noch das Rogue One Logo drauf, da haben sie diese Technikteile genutzt und einen Pin, damit hat es besser gehalten. Ich würde hier sonst den Umbau auf die alte Variante empfehlen, nur waren die Teile halt dann grau und nicht weiß. Es gibt die hier, diese Drehteller mit den Noppen auch in schwarz und dann haben sie eine Achsaufnahme, dann könnt ihr den blauen Achspin nehmen, der hat auch Friction, wird leichter gehen, allerdings befürchte ich, sonst würde mir auch keine Erklärung einfallen, warum Lego die nicht gleich genommen hat, dass es die mit der Achse drinnen nur in schwarz oder ich weiß nicht, gibt es in grau auch, ich kenne es hauptsächlich in schwarz, also kurzum, ich befürchte, die gibt es nicht in weiß, müsste man jetzt nachschauen auf Bricklink weiß ich jetzt nicht auswendig, falls ihr es wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare, ich freue mich drüber. Das sind die Funktionen, der läuft übrigens unten hier auf diesen Rollen, das ist zuerst auch ein bisschen instabil, also das hat mich gewundert, dass das unten so gebaut wird, diese einzelnen Bereiche links, rechts und in der Mitte, aber es wird danach fixiert, dann hält das und dann kann man damit schön über den Boden fahren. Dann kommen wir hier zum AAT, da können wir wie gesagt auch hier drüber fahren, aber das ist ja nur unten die abgerundeten Teile, damit das ein bisschen gleitet, können das hier um 360 Grad frei drehen, oben das können wir aufklappen, da können wir auch eine Minifigur reinsetzen, Kontrollen oder so sind jetzt nicht angedeutet. Wir haben hier die Kanone, die man komplett hoch und runter klappen konnte, die geht jetzt allerdings nicht irgendwie negativ noch weiter runter, das ist das Maximum, in der Bereich ist mir ein bisschen zu dick, das ist so designmäßig eines der wenigen Dinge, die mir hier nicht so gefallen. Wir können auf der Seite die Arme auch bewegen, vielleicht zeige ich euch das auch aus der Nähe. Wir können hier auf der Seite eben auch die Arme rauf und runter bewegen. Ich würde nur da nicht allzu fest dran reißen, weil im Gegensatz zum The Clone Wars Vorgänger sind die Arme hier nicht nochmal innen mit einer Achse verstärkt, sondern müssen die vier Noppen ausrechnen. Also man kann es jetzt theoretisch hochheben, ich würde es nicht so durch den Raum tragen, muss ich auch dazu sagen. Dann können wir hier vorne das aufklappen, da sind jetzt, und das möchte ich schon, dass ihr das seht, weil das cool ist, das sind jetzt zwei Prints innen drin, da kann man eine Minifigur reinsetzen und unten drunter, ihr seht schon, das sind auch wieder die Spring Loaded Shooter. Das ist ein netter, kleiner Mechanismus und zwar drückt man, heute mag der Fokus aber echt nicht, drückt man hier diese Elemente, drückt man hier diese Elemente hinten runter und dann springen die raus, das ist einfach nur hier, das ist simpel, aber es funktioniert, man sieht es glaube ich, dass das hier runtergerückt wird, da wird das einfach um 90 Grad umgelenkt. Soviel mal zu den einzelnen Funktionen der beiden Sets, wir holen uns die Minifiguren nochmal dazu, Markt 26, 30 ist so der Durchschnittspreis, 30, 33 so, aber es geht auch auf die 26 runter, bei Lego direkt 40 Euro, ob es jetzt gebraucht wird es wahrscheinlich günstiger zu bekommen sein. Ich finde das alles in allem ist es zusammen eine schöne Spielwelt, weil zusammen hat man deutlich mehr Spaß, als wenn ich mir den jetzt separat kaufen würde, dann habe ich keinen Gegner, mit dem ich da spielen kann. Ich habe zwar hier Clone Trooper und Ahsoka, aber ja, es wird ein bisschen schneller langweilig, als wenn man wirklich den Gegner hat, beide mit Spring Loaded Shooter, kann man auch vielleicht mit dem Kumpel spielen, der eine fährt mit dem Panzer, der andere hier mit dem AAT, ich denke das ist eine lustige Geschichte und die Minifiguren sowieso, auch wenn wir beim Listenpreis bleiben, zeigt mir ein heutiges Star Wars Set von Lego, bei dem man für 80 Euro UVP 10 Minifiguren bekommt. Ja, vier davon sind Kampfdroiden. Wir hatten gerade von Star Wars vor ein, zwei Jahren den ITS Transport von den Rebellen, der kostet 100 Euro UVP und der hat einen Gongdroiden als Figur dabei. Also da ist nicht mal ein spezielles Figurenteil, das ist gebaut und da ist sonst nichts. Also 10 Figuren, 80 Euro UVP, das allein ist eigentlich schon ein Deal. Dann halt sonst kriegt man ein bisschen mehr als 500 Teile dazu. Also im Angebot, wenn ihr zwischen 60 und 70 Euro beides zusammen bekommt, um die 60 glaube ich, dann ist das mit knapp 500 Teile, 10 Minifiguren. Hat man eine schöne Spielwelt, alles in allem und dafür kann ich es dann auch empfehlen. Oder was meint ihr? Sagt ihr vielleicht, das ist überhaupt nichts für mich oder mir gefällt der eine besser als der andere? Wenn ja welcher, schreibt es gerne unten drunter, auch das würde mich interessieren. Für heute war es das, demnächst kommt mal wieder was von Technik, wir schauen uns da was an, könnt ihr gespannt drauf sein. Bis dahin, wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, tschüss und ciao.